aber das game von eben wird natürlich hochgeladen das kann so machen ja das war doch ein hardcore game und das obwohl ich erst zu spät dran gekommen bin an pc zu spät dran gekommen ich hatte noch mit meiner ex geschrieben deswegen haben die schon gepult und ich stand noch auf kader draußen dann habe ich das geräusch gehört hat das gepult haben oder das brand vielleicht kriegen was ja alles raus wo nicht mehr aber immerhin brent ist ein flash schon ziemlich wichtig hau ab du hast eine lade genau mal gucken da kann man im brand vielleicht obwohl du pusht wieder nach unbedingt gucken wir mal der fehler was meisten jahres machen die pushen durchgehend richtig noch bei john aufgefallen da kann man dann aber auch selber nicht denken das ist echt ein problem bei viel ja wenn man selber durch die kurst dann haben wir natürlich auch gewonnen aber meistens so ja okay olaf hat auf jeden fall beim blue angefangen das heißt er könnte auch gleich mal auf dem gang vorbei kommt ja nicht in der mitte nicht so früh die olaf gang sind gar nicht so gut wie ich das geht da muss eine axt halt gut treffen da hält ein bisschen gesloat aber es geht ich habe ja letztens auch mal wieder gespielt olaf ist natürlich geil wenn du mit dem richtig tanky gehst du ja kaum klein was man mir richtig was geht wenn du mit dem richtig tanky gehst soja woher schön wo ist mit vladimir sein gegner darger ist er ist noch gar nicht aufgetaucht ist noch level 0 fahrt man ja breit ist unbalancet ja das ist klar gerade bringt er deine wohl auch nichts für sein stand schon das stimmt aber olaf ist jetzt top lang gegangen ich denke der da ist es wirklich auch klar also versucht bis es selbst zu spielen oder das ding in der tasche na klar kein risiko eingehen das hat man nicht nötig die wirklich nur zu 14 wärmer schön so ein free win war war hat er nicht getroffen Okay, ist rausgejumpt. Mark Brandt nicht. Nee. Ja, süße, ist AFK. Ja, oder fürs jetzt Toplane, das ist natürlich geil. Kann ich schon den Gegner Jungle leer machen. Das war eigentlich dumm, Top dann jetzt zu gehen als Ulle. Aber ich krieg den Jungle viel mehr. Du hast den Jungle halt. Ja. Mal mitbekommen. Ja, ich mach den einen hier noch. Bis Level 6 reicht es leider nicht. Gut, dass wir die Runde noch gestartet haben. So, ich komme. Dann haben wir noch nicht 6. Super. Gut. Also, ich kann seinen Öl-Sie nicht abblöcken mit der Wehe? Hm. Oh, Darius ist da. Scheiße. Seien Ultis durch meine Winduhr durchgegangen. Ging sonst nie. Okay, warte. Kurz Ruhe. Versuchen mehr zu holen. Nee, reicht nicht. Reicht nicht. So, aber Darius ist es wieder da. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir liegen nämlich schon fett hinten. Und die sind komplett. Das war das, was ich befürchtet habe. Ja, ich gehe mir in Red holen und dann gehe ich Top-Land-Dower campen. Was, Top-Land-Dower jetzt schon down? Hm. Scheinen dämlich zurückgegangen zu sein. Also, zu einem dummen Zeitpunkt. Problem. Ansonsten wüsste ich nicht wie. Ah, ich lasse Brand, Mann. Hm. Der Brand will es aber auch wissen, Alter. Guck das an. Naja, der Gangster hat jetzt drei Kills, ne? Oh. Gott will Jinx, der wird bitte in der Mitte. Ja, Bottos down. Vielleicht durchpushen, weiß ich nicht. Wir sind nur gelöschte Erinnerungen. Ich habe ja auch gerade echt alles gefällt. Oh, Mist. Alter. Ich sag's ja, Olaf ist krass. Puh. 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 Okay, Hamza. Schätze, machen wir ein Tor einfach nicht fertig. Boah, aber... Hm, wären sie weiter auf den Tower gegangen, dann hätte ich überlebt. Na gut, wir haben drei Tower, die noch keinen. Lol. Da raste ich doch aus. Ah, sie kommt schon wieder. Ich hoffe es, aber ohne Scheiße, was habe ich schon mal erlebt, ey. Das war auf jeden Fall kein Brage-Quit. Nee, das wäre ja Quatsch. Da ist wieder. Na, gegen den Olaf habe ich eben schon gemerkt. Das war schon knappe Kiste, ey. Oha, Marc, bei mir. Na, ich komm. Ja, du bist doch. Ja, weiter. Okay. Puh. Hast du noch mal ein Kill? Ja, stimmt. Ich bin ziemlich gemein zu dir, ne? Ja, Mann. Hast du recht. Ich habe schon gewohnt von Junglang. Ja, vor allem... Von Drake machen. Vor allem vom Yi, ne? Von Drake machen. Ja. Musst du aber ein Stückchen tanken am Anfang. Wir sind wohl. Ja. Ah, die haben nicht gewordert. Tristana kommt nicht. Hoffe ich zumindest. Ich habe keinen Smite, ne? Wir brauchen einen Smite. Joa. So. Nee, ich gehe erst mal weg. Kein Sinn so. Oh. Vier oder fünf Mann Mitte. Also, ich port mich direkt an. Bin nicht hier. Ja, ich muss rennen. Aber ich muss unbedingt erst mal base. Kein Mana, kein Leben, kein Ult, kein gar nix. Nix hatte ich. Jawoll, ich follow euch. Wenn Trash was kriegt, dann drauf. Mein Gott. Los, Trash. Guck was. Ja, genau so geht das. Wieder. So. Nee. Hehe. Nee, ich gehe top hoch. Wenn ihr euch nicht sicher seid, nicht fighten. Ah, Darius kommt. Ey, machst du mal ein Death Level 7. Ja, ohne Wilde, ohne alles. Ja, klar. Ist auch egal. Grat. Ja, aber... Ja, aber... Gut, wird sich farm. Nee, nee, von der Sache her, ja, aber er ist ja durch den Tower gekommen, da konnte ich ja nichts machen. Diven ohne Wilde kann ich denn auch nicht. Oh, klaro. Wir sind nie. Das recht. Der schon wieder 5-Kills hat. Stimmt. Oh, da werde ich wieder geflamed von meinen Zuschauern. Hehe. Das ist geil. Manche lieben meine Yi-Videos, ne, aber manche auch. Oh, ich spiele nicht immer diesen Noob Champ. Oh, Noob Champ. Ja, macht mir überhaupt nichts. Ich stehe auf Noob Champs. Ja, du bist ja auch. Genau so ist es. Endlich mal einer, der es sagt. Hehe. Sonst wärst du nicht selber, ne? Genau, gibst mir. Hart und schmutzig. Wir unterhalten uns nach dem Game nochmal. Haha, okay. Bis her kommen wir da. Was, zu dir? Ja, dann unterhalten wir uns mal richtig hier, wie Männer. Oh. Oh ja, wie Männer. So, lass die scheiß Krabber und komm den Herold machen. Sie war nur du aber. Ah. Ja. Stirb endlich, Mensch. Oh, Botland, guck dir das mal an. Skitten da ab. Dschungel, dschungel. Schade, dass ich nicht da war, ey. Da wär einiges zu schnitzeln gewesen. Oh, Olaf, Bot. Jawoll. Kommt der Wladimir vor Ort, sehr schön. Drei Mann, Toplane, WTF. Ja, ich bin jetzt Bot. Der Sportler durch. Go, 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 go. Ja, da muss wer kommen. Wir kommen auch zu zweit sogar. Ja, da kommt schon der Port. Das wird uns doch immer noch hier. Bei einer, bei einer gegen zwei. Oh. Ich muss mir, wie gefehlt er. Ich hab beide Ultis bekommen, hat aus dem eins gegen zwei noch ein Kill geholt. Und beinahe Double Kill. No way. Oh, leider nur fast. So, Drake in 52. Ja, bist du angeblicher wieder? Jo. Ja, die kommen auch schon alle. Ah, ich geh noch einmal back. Noch 22 Sekunden. Da hab ich Klinge des gestürzten Königs. Wie viele müssen für die Niederlage eines Königs einstehen? Ach, Darius. Sicherst du so ganz alleine Toplane chillen willst. Bist du wirklich sicher? So, oh. Trash und Vlad. Gefährliche Angelegenheit. Ja, sieht gut aus, was wir da machen, aber da kommen die anderen auch noch. Und ich bin noch nicht da. Äh, da brauch ich auch nicht hin zu TP. Oh, jetzt komm ich. Ich bin Kliwana. Komm bitte! Juhu! Penta! Jetzt auch Drake und dann ist es. Der vierte dieses Heasen, Digga. Aber machst du, hier ist ja auch keine Besonderheit, ne? Das sagen so viele. Mach einen Laden hoch, dann reden wir weiter. Ja, wir müssen sich hier spielen. Genau. Ja, aber ich hab noch kein Problem, weil das du schon hier nimmst. Du carriest dich selber, weil mich juckt das nicht, ob ich auf den Account gewinne oder verdiene. Aha. Du carriest dich, wenn dann selber. So ne Flöte bist du. Heißt ja nicht, dass ich dir keine Mühe gebe. Nee, das stimmt. Seitdem du ja so spielst, läuft's auch besser. So das n' heißt. Ähm, sag ich nicht. Sonst gibt's gleich ein Rage-Quid von dir. Obwohl, 1-3 ist natürlich auch nicht so. Die macht... Ja, 7 Assists, weil du jeden altere Kid bist. Ehrlich? Mach ich das? Nein. Hm, 10 Kids, ich hab 7 Assists. Hm. Hättet ihr was auch? Nein. Auch der mit 50 Gold, die warte ich jetzt. Kommt das eigentlich, dass du noch kein Level 7 bist? Na, ich hab doch keine Champions, die ich hier entzaubern kann oder wie auch immer. So. Ja, stimmt. Die letzten 10 Games oder so mit hier hab ich immer einen S gekriegt. Na, obwohl, nee, das eine dazwischendurch nicht. Wo ich 1,6 stand. Oh, fuck. Oh, fuck. Gut. Hm. Brand ist zu broken. Ja. Nicht mal cool. Wo bist du? Du war im Jungle. Nee, ich war Base. Geht doch nicht. Tristana macht den Bot Lane. Ja, ich kann doch hier nicht alles alleine machen. Wusst war, wo du doch selber raus willst. Ach, verdammt. Dann bleib ich hier im Silber. Scheiß drauf. Ich fühl mich hier auch ganz wohl. Hin und wieder mal in der Tapenta. Das ist doch so, oder? Und. Ich schenke mich tot. Ich brauch mich auch alleine. Äh, bitte. Hm. Ja, da gehe ich auch nicht hin. Ach, so weit in vorne sind wir gar nicht, ey. Nee, nee. Meine ich ja. Hoffentlich gehen sie ein bisschen hinterher. Oh. 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 Nee. Okay, so fett bin ich nun auch noch nicht. Noch nicht. Nee, jetzt aber. Jetzt habe ich oben aus Geisterklinge. Ja, der Knockup vom Alistar, der hat mich gestört. Machst du dir so noch einen zweiten Panther, oder was? Zwei Panther in einem Game? Ja, Mann. Ja, das wäre natürlich was, ey. Ja, das habe ich noch nicht geschafft. Ah, nur zwei Quadras und ein Panther. Ja, das war auch geil, ne? Ne, zwei Quadras und ein Panther. Ne, zwei Quadras. Zwei Quadras und ein Panther? Mhm. Insgesamt fast, glaube ich. Ah, das ist alles noch mit TP? Geil. Ja, ja, hat er vorhin auch schon. What? Mhm. Ich denke mal, Feder. Das war, glaube ich, nicht an der Absicht. Aber für mich ist es gut. Ich freue mich. Kein Exhaust. Ich komme entgegen. So, bist du rein? Ja, ja, da rechnen die nicht mit. Oh, leil. Wie seht ihr, du CK? Ja, da, was soll ich da machen? Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ja, ich seh. Hat mir im Auge. Soll ich ihn auch noch nehmen? No, ja, trash den Ding. War ein Scherz, hätte ich aber gekonnt. Du hast mir CK lassen, aber nicht. Ah! Den Blue Bar folgte ich doch gar nicht, Mensch. Du hast mir den Kegel gegeben und nicht den T-Mails lassen. Ich bitte... Ja, toll! Ja, toll! Ja, toll! Aber ich wollte ihn dir sogar ernsthaft lassen. Habe ich jetzt auch gesagt. Ich hätte ihn ja nehmen können. Niemand ist ohne Schuld. Kaum bin ich nicht bei euch. Weil du schlecht bist. Olaf holt den Wladimir? Äh, der hat gedivet, obwohl von drei Leuten das nicht angekommen ist. Achso, ja gut. Diven ist natürlich so eine Sache. Ich weiß auch nicht, was ihr da jetzt noch macht. Ähm, kommst du uns entgegen? Jetzt ist der nächste Quadrat für dich. Naja, naja gut. Ich nenne nur noch den Red mit. Na gut. Hoffentlich klappt das da auch, weil... Sonst gehört der Drake den. Boah. Boah, nee. Kommt die Jinx auch noch reingejumpt. Äh, die Tristana. Okay. Vorsicht, du hast da viel Besuch. Oh, sind deine Kills jetzt hier? Oh, nein. Nee, sind's nicht. Boah, die ist gestunne. LOL, InnerQ gestorben, Alter. Ja, haben wir einen Brunnen. Einen Brunnen von... Ja. Ey, InnerQ. LOL. Scheiße. Ja, du bist quasi Gnastbrunnen. Mhm. Das ist mir auch noch nicht oft passiert. Hatte ich zwar schon, aber... Das ist ärgerlich, ey. Oh gut. Die machen einen Drake anscheinend nicht. Meistens Assists in-game. Als Yasu. Mit deinem Team. Nice. Supporter, Yasu. New Mater. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich Stuckys zuerst gebaut habe. Bau gleich noch. Quecksilber. Ach doch, haben wir. Die Affektion ist erreichbar. Obwohl ich das immer hasse. Drei Items, die du alle aktivieren kannst. Bin ich nicht so der Freund von. Ich bin nicht so der Freund von. Bestehen. Puschen wir schon wieder ohne uns. Ich war tot. Ne, die gehen ja... Achso. Puschen schon wieder ohne uns. Ich dachte, du meinst, dass ich nicht dabei bin. Ja. Nein. Hast du recht. Wir werden da jetzt auch schon wieder. Ich geh mal an Baron worden. So. Alle tot. Ich weiß nicht, warum die da pushen, ey. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hoffe, die waren jetzt auch mal auf da. Ich war mir bei mir, ne? Ich war mir bei mir. Ja, ja, warte mal. Ich bin hier am fighten. Oh, dammit. Ah! Gerade. War aber noch ein Quadrat. War der Penta schon nice gewesen, ne? Ja, war schade, dass ich den Olaf am Tower diven musste. Jetzt wär's ein Penta geworden. Aber durch den Tower hab ich zu viel Schaden genommen. Noi! Das ist aber geil aus. Die Jinx macht den Tower, kriegt aber voll auf die Goschen. Egal, noch ist die Chance da für den nächsten Penta, Digger. Nee, ich nehm den Schlund von Malmores. Oh mein Gott. Da, Demir. Mach doch mal so, dass Lowlife. Ach. Ich zack ja schon wieder rein. Ich stehe 18.5 schlechter als letzte Runde. Trotz Penta und Quadra. Ich stehe auch schlechter als letzte Runde. Da gehört nicht viel zu. Ja, wie soll das? Wo ging das? 2, 6, 10? Nee, ich meinte jetzt. Dies hier. Ah, 10 Assists. Stell dir vor, das sind jetzt alles Kits gewesen. Dann würde es ganz anders laufen, ey. Das kann sein, ja. Ja, nicht so viel totet, glaub ich. Na egal. Wie lange ihr das macht, das ist mir alles Latte. Ja, ich denke schon. Die Jinx ist ja auch nicht übel. Wladimir da soll sein Diven lassen und dann funktioniert das auch. Wurde auch geteift. Dann kommt der Alistar um die Ecke. Gut, dann lass du das auch. Ey, ich hätte jetzt Tristana bekommen, wenn der Alistar mich da nicht. So, ich gehe hier mal worden. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Nicht, dass die hier im Busch stehen. Ach, das wird, glaub ich, keine Buschmenschen. Ja, nur das Problem... Ah, da ist Tristana und so. Ejo, kann nur machen. Okay, aber ich muss... Wo? Oh, Mann! Ich muss mich im Motorgegläder, Alter. Ich hab's überlebt. Okay. Wo sind Gegner oder sonst was? Ich hab's überlebt, Alter. Hab ich schon totgesehen, ey. Also schon diese grauen Bildschirme vor mir. Sind hier überhaupt noch Gegner? Ja, Tristana und Clister. Okay. Ich muss mich hier nochmal wieder hochrecken. Ja, obwohl ich geh noch einmal Base, glaub ich. Wir sind beide hier. Ja, sind eh gleich alle wieder da. Bin ich nämlich Full Bild jetzt. So, und jetzt mit Baron können wir die Sache wenden, würd ich sagen, ne? Vielleicht. Ich würde gerne noch 15 Sekunden warten, bis zum Fight. Dann ist alles wieder ready. Schlund von Malmortis und Klinge des gestürzten Königs und so weiter. Oh, jetzt können wir. Raust für wahrscheinlich immer alleine irgendwo auf einer Lane. Keine Ahnung. Split Brut, äh, Push Trash. Auch New Mater. So, geh noch mal rein hier in der Base, mach. Okay, gehen wir wieder raus. Ach, denn der Typ da. Willst du sterben? So, ich geh mal raus. Ich will nicht noch mal sterben. Leider, überlebt. Ja. Hier, du bist raus. Na ja, guck, mein Leben. Ich hab auch keine Wehe, ich hab nichts. Einen Schuss von Tristana und ich werd tot. GG. Jo, schöner Sieg, denke ich mal. Und wenn euch das Game gefallen haben sollte, würd ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram. Ja. Ja.